Heute wird nicht gekocht, aber ich gehe mit euch eine Runde spazieren. Es ist Herbst, ich bin in Pelzerhagen und der Wind zeigt sich heute etwas stürmischer. Außerdem sind viele schöne Wolken am Himmel und die Wellen sind auch recht hoch. Perfekte Bedingung für einen kleinen Spaziergang zur Seebrücke. Es ist schon recht dunkel und es regnet hin und wieder, aber die Luft ist so schön und der Wind angenehm frisch, da tut ein kleiner Spaziergang einfach gut. Also dann los geht's. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 An diesem Strandabschnitt hat schon meine Mutter als Kind im Sand gespielt. Dann später meine Schwester und ich und nun die Kinder von ihr und mein Kind. Jeder von uns ist schon so oft auf der Seebrücke spazieren gewesen und hat aufs Meer geschaut. Und es ist eine schöne Vorstellung, dass auch irgendwann die Kinder unserer Kinder an diesem Strand spielen, im Meer baden, auf die Seebrücke gehen und dann ebenfalls verträumt aufs Meer schauen. Und egal wie oft man schon aufs Meer geschaut hat, es zeigt sich immer von einer neuen Seite. Untertitelung. BR 2018 Herrlich, oder? Die Stimmung im Herbst, wenn die Sonne untergeht, hat oft etwas Mystisches an sich. Ich finde es einfach nur schön und hoffe, ich konnte die Stimmung für euch ein wenig einfangen. Aber jetzt wird es leider doch langsam zu dunkel, der Regen nimmt etwas zu und meine Kamera stößt wohl so langsam an ihre Grenzen. Ich werde mal den Rückweg antreten und es mir zu Hause einfach gleich gemütlich machen. Also macht's gut und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020